Das ist zum Glück auch nicht so auslautender Sessel wie der, oder, sondern überschaubar von der Dimension. Hallo, grüß euch. Wir sind da auf der Art und wie ihr seht, sind wir mitten in die Vorbereitungen, damit's morgen da in Innsbruck so richtig losgehen kann. Ich hoffe, ich seh euch. Ich freue mich drauf. Ciao, pfett euch.